Freunde der Blasmusik und der Musikkapelle Pürgitz, wir, die Bundesmusikkapelle Pürgitz, dürfen Sie heute zu unserem vierten Blaskonzert hier in unserem wunderschönen Dorfplatz begrüßen. Wir sind heute wieder unter der Bewerbleitung unseres Tabellmeisters Thomas Krampel und der Thomas hat den Konzert eröffnet mit uns mit dem Marsch Exilaco von Karl Barri. Ja, ich glaube, wir kommen gleich weiter, Thomas, oder? Ja, ich glaube, wir kommen gleich weiter.